Ja, liebe Ötterfreunde, was macht euch der Bauhaus hier heute? Heute ist Bodenbearbeitung angesagt. Ich will morgen Kartoffeln pflanzen und zuerst wird da eine Überfahrt über den gekrupperten Kartoffelfeld mit dem Klingenrotor gemacht, bevor da die All-in-One-Maschine kommt und mir Kartoffeln pflanzt. Ölstand kontrollieren wollte ich sagen. Aber bevor ich da aufs Feld fahre, jetzt war es 4.30 Uhr, trinke ich noch schnell einen Kaffee. Ja, liebe Ötterfreunde, jetzt ist der Bauhaus endlich auf dem Feld. Jetzt mache ich da noch eine Überfahrt über das gekrupperte Feld. Ungepflüchte ist das und heute Abend wird da Kartoffeln gepflanzt mit der All-in-One-Maschine. Also noch einmal eine überfahrt mit einer Kreisel-Ecke, die ist dort montiert an der In-One-Maschine. Die Lohnunternehmer ist dein Nachbar. So liebe Ötterfreunde, jetzt geht los beim Bauhausi. Speisekartoffeln, Victoria, ca. 1 Hektar oder ein bisschen mehr. Dann Agria werden wir pflanzen. Es ist jetzt 20 vor 4, plus 6 Stunden, 16, 22 Uhr. Wenn wir einmal schauen, wann wir fertig werden. So? Dann. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020